Leute, übers Wochenende haben wir eine sehr interessante Bitcoin-Kursentwicklung gesehen. Darum soll es natürlich heute im Video gehen. Des Weiteren könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass ich in meinem letzten Video Long war oder dass ich davon geredet habe, dass ich eine Long-Position eröffnet habe und dass ich davon ausgehe, dass die Kurse weiter nach oben gehen. Warum ich diese Long-Position geschlossen habe bei 10.000$ und warum ich jetzt eine neue eröffnet habe, darum geht es heute im Video. Natürlich werde ich euch auch sagen, was wir vom Bitcoin-Kurs in den nächsten Tagen und Wochen erwarten können. Ansonsten, bevor wir auf dieses Video-Thema zu sprechen kommen, würde ich sagen, machen wir als allererstes mal ein 50$ Bitcoin-Giveaway, wie in jedem Video. Falls ihr bei diesem 50$ Bitcoin-Giveaway teilnehmen wollt, abonniert einfach mal diesen Kanal, aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst und schreibt mir natürlich einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse in die Kommentare und teilt es auch auf jeden Fall mal mit allen Leuten, wo ihr wisst, dass sie sich dafür interessieren, wie es mit dem Bitcoin in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal hier zum letzten Video. 500 Daumen nach oben haben wir da wieder geknackt, Leute. Wir schaffen momentan auf jedem Video 500 Daumen nach oben. Also würde ich sagen, lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir das ja hier bei dem Video auch wieder. Schauen wir mal, wer ist der glückliche Gewinner vom letzten Video. Da gucken wir natürlich schön schnell hier mal. Na komm, der Saschi-Jagg hat gewonnen. Mal wieder ein sehr cooles Video. Danke für die News. Freut mich auf jeden Fall, dass es dir gefallen hat. Und natürlich Glückwunsch an dich. Ich sende dir jetzt hier als allererstes mal deine 50 Dollar in Bitcoin. Ich hoffe natürlich, wie immer, du machst was draus. Ja Leute, wir reden jetzt aber auch gar nicht großartig drumherum, sondern schauen uns direkt mal den Bitcoin-Kurs etwas genauer an. Wie ihr gewusst habt, ich war ja im letzten Video Long. Ich habe jetzt eine weitere Long-Position eröffnet. Seit heute ist die mit knapp 32 Prozent, also mit 2200 Dollar im Profit. Das ist eine 250.000 Dollar Long-Position bei Bitcoin. Stop Loss ist bereits im Profit. Aber es ist natürlich noch nicht garantiert, dass ich diese Position weiter oder mit dem gesamten nächsten Pump mitnehmen kann. Einfach aus dem Grund, weil natürlich immer das Risiko besteht, dass wir einen fetten Sell-Off haben von einer einzigen Partei bei Bitcoin. Und dann kann es natürlich sein, dass mein Trade nur mit sehr kleinem Profit geschlossen wird. Aber bis jetzt sieht schon mal alles gut aus. 250.000 Dollar Long-Position ist da. 7.000 Dollar von meinem eigenen Geld habe ich eingesetzt. Das heißt, ich bin mal gespannt, sollten wir jetzt noch mal über die 10.000 Dollar gehen, sollte ich auf jeden Fall sehr, sehr gute Profite mitnehmen können. Könnt ihr einfach mal so schauen, wenn wir jetzt noch mal über 10.000 Dollar gehen, dann müsste ich ungefähr bei einem Bitcoin in Profit liegen. Falls ihr euch, by the way, dafür interessiert, wie dieses ganze Trading-Thema funktioniert, schaut gerne mal in der Videobeschreibung oder in der Kommentarsektion vorbei. Da findet ihr meinen Bybit-Affiliate-Link. Da bekommt ihr komplett kostenlos 290 Dollar zum Traden. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Mit einem 100er-Abel sind es 29.000 Dollar an Trade, den ihr da eröffnen könnt. Und da muss man halt einfach sagen, wenn Bitcoin 100% macht, sind es geschenkte 29.000 Dollar. Nehmt ihr auf jeden Fall mit. Wie gesagt, die bekommt ihr, wenn ihr euch bei Bybit mit meinem Affiliate-Link registriert, in der Videobeschreibung oder in der Kommentarsektion ist. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Und schaut euch auf jeden Fall hier auch das Video an, was ich auch in der Kommentarsektion oder auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Da erfahrt ihr nämlich, wie ihr die 290 Dollar bekommt. Und ich gebe euch dann noch mal ein paar Tipps und Tricks zum Traden. Naja Leute, ich würde aber sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal den Kurs etwas genauer an. Was haben wir jetzt hier in den letzten Tagen, Wochen gesehen? Wir sind natürlich als allererstes mal, seitdem wir hier dieses inverse Head & Shoulders Pattern gesehen oder haben in Anführungszeichen plus, seitdem wir natürlich hier auch aus diesem ganz klaren Downtrend ausgebrochen sind, sehen wir natürlich ganz klar, dass wir jetzt hier wirklich in einem vollen Abtrend bei Bitcoin sind. Den Trendkanal, sage ich jetzt mal, den Abtrendkanal habe ich hier auch direkt mal in grün eingezeichnet. Und der ist natürlich noch nicht nach unten hin durchbrochen. Wir sind immer noch mittendrin. Des Weiteren auf einem etwas kürzeren Zeitraum oder in den letzten 2 Wochen bildet sich jetzt hier auch gerade ein Rising Wedge. Ihr wisst ganz genau, ein Rising Wedge ist ein bearisches oder eher ein bearisches Chartpattern. Das heißt, wir können an sich eine Kursentwicklung jetzt eher von irgendwie so etwas erwarten. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass wir diesen Rising Wedge nochmal über die 10.000 Dollar reiten werden. Also wir werden mit diesem Rising Wedge hier über die 10.000 Dollar gehen, bevor wir dann einen Breakout nach unten haben. Normalerweise ist natürlich bei einem Rising Wedge das Target, wo dieser Rising Wedge gestartet hat. Das heißt, unser Target wäre ziemlich genau hier irgendwo bei 8.200 Dollar. Davon gehe ich aber nicht aus, dass wir, sage ich jetzt mal, das Target vom Rising Wedge erreichen. Also bei Bitcoin ist es einfach so, bei Falling und auch bei Rising Wedges normalerweise, wie gesagt, wo der Rising Wedge gestartet hat oder der Falling Wedge, das ist das Preistarget. Aber da bei Bitcoin zu 60% der Fälle oder eher, ich würde mal sagen, das ist bei Bitcoin eigentlich eine 50-50 Chance, ob dieses Target erreicht wird, also dieses Kursziel erreicht wird oder nicht. Meistens ist es dann eben so, dass wir bei einem Falling Wedge früher stehen bleiben, bei anderen Supportzonen, die sich eben bieten. Und da könnte ich mir halt eben vorstellen, oder die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu gering, dass wir dann halt, wie gesagt, bei Bitcoin früher stehen bleiben, nicht das Target, das eigentliche Target vom Rising Wedge erreichen, sondern halt vorher schon Stopp machen bei dem Support dieses Abtrendkanals und von da dann weiter nach oben bouncen. Meine langfristige Sicht auf den Bitcoin-Kurs, die kennt ihr ja sowieso. Ich habe ja in den letzten Wochen oder dieses Jahr schon einige Videos hochgeladen, wo ich euch ganz genau gesagt habe, worauf wir achten müssen, wenn wir wissen wollen, zum Beispiel einfach mal ganz klar, wo habe ich das hier, wo habe ich das hochgeladen? Der Pump endet bei, zum Beispiel vor einer Woche 8000 Aufrufe hat das Video. Sehr interessant, schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr wissen wollt, wo dieser Bitcoin-Run-Up, also dieser Pump hier enden wird und wie ihr dann vielleicht doch nochmal eine Long-Position mitnehmen könnt, indem ihr euren Stop-Loss halt positioniert und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel ein sehr interessantes Video. Genauso an sich wirklich halt hier diese zwei Videos, die ich vor einer Woche hochgeladen habe, da geht es sehr, sehr viel darum, wo dieser Pump, dieser Bitcoin-Pump am ehesten aufhören könnte. und natürlich mein letztes Video vor vier Tagen, da habe ich einfach nur davon geredet, dass ich davon ausgehe, dass wir ein weiteres Breakout bei Bitcoin nach oben hin haben werden, was ja dann auch passiert ist, wo wir dann auch das High bei über 10.000 Dollar hingelegt haben, wo ich auch Long war. Wie gesagt, diese Long-Position wurde aber hier durch diesen Dump, den wir hatten, durch diesen Drop hier, wurde meine alte Long-Position natürlich ausgestoppt im Profit, einfach mit einem Trailing-Stop, der immer hinterher zieht. Wie gesagt, falls ihr euch dafür interessiert, erfahrt ihr alles hier in dem Video, wo ihr auch erfahrt, wo ihr die 290 Dollar kostenlos bekommt. Aber wie gesagt, als ich hier gesehen habe, dass wir hier gerade bouncen, habe ich jetzt wie gesagt eine neue Long-Position eröffnet, einfach aus dem Grund, weil wir eben aus dem Rising-Wedge noch nicht nach unten hin ausgebrochen sind, sondern es so aussieht, als würden wir noch einen Moment in diesem Rising-Wedge drinbleiben. Und damit könnte es halt auch sein, dass wir nochmal über die 10.200, 10.250 Dollar gehen. Das heißt, das letzte High, was wir dieses Jahr gesehen haben. Naja Leute, ich würde sagen, wenn es euch wie mal gefallen hat, ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben da. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die kleinen Glocken den Abonnieren-Button zu aktivieren. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was wir vom Bitcoin-Kurs in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche erwarten können. Wenn ihr eine längere Sicht noch auf Bitcoin haben wollt und wissen wollt, wo dieser Pump höchstwahrscheinlich dann enden wird, dann, wie gesagt, kann ich euch empfehlen, so weit wird Bitcoin maximal steigen. Das Video hier auf meinem Kanal, da erfahrt ihr das. Und ansonsten updatet ihr euch natürlich im nächsten Video auch zu meinem 250.000 Dollar Long Trade. Schauen wir doch einfach mal, was aus dem wird. Nein Leute, ich würde sagen, wir sehen uns. Wie gesagt, könnt ihr jetzt in den Kommentaren einfach eure Bitcoin-Adresse da lassen und eure Meinung zu dem Video, wenn ihr am 50 Dollar Bitcoin-Give teilnehmen wollt. Und ansonsten schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei und holt euch die 290 Dollar kostenlos ab. Und schaut euch, wie gesagt, auch das Video an. Sonst werdet ihr nicht genau verstehen, wie ihr die 290 Dollar bekommt. Ich würde sagen, wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Ciao.